Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu den News. Ja, wie immer zu Beginn meiner News, erstmal herzlichen Dank für die Urlaubsgrüße und Wünsche. Wir sind jetzt wieder zurück aus dem Urlaub, nur irgendwie ist die Zeit schon wieder weggerannt. Und eigentlich sollten die News ja gestern kommen, habe ich irgendwie nicht geschafft. Wollte eigentlich bis dahin auch noch ein Projekt gemacht haben. Ja, habe ich auch nicht geschafft. Von daher gibt es heute kein Projekt, sondern News. Ich hoffe, euch gefallen die auch trotzdem. Projekt gibt es erst nächste Woche wieder, am Freitag und dann wieder wie gewohnt wöchentlich. Dann möchte ich mich auch nochmal herzlich bedanken für die ganzen Kommentare, die ihr unter meine Videos schreibt. Auch wie immer, aber ich freue mich da wirklich drüber. Ja, und ja, ich lerne da auch immer wieder was dazu. Auch zu dem Video, zu meinen Handwerkzeugen, da wurden ja hier, die seht ihr gar nicht, aber hier die Pferdfallen habe ich ja. Und da schrieben viele unten in die Kommentare, dass das eigentlich wirklich gute Qualität ist. Es standen auch mehrere andere Firmen unten in den Kommentaren von Pferdenherstellern. Die kannte ich jetzt auch nicht, obwohl ich Schlosser gelernt habe, aber das ist ja auch schon über 30 Jahre her. Von daher bin ich da nicht mehr wirklich so im Thema, was Metallbau angeht, beziehungsweise auch die Firmen angeht. Dann, ja, meine letzten News, ich habe mir wieder einen Zettel gemacht. Meine letzten News, die hatten fast 13.000 Aufrufe und ja, für News finde ich das oberhammer. Also echt mega, was da an Aufrufen kam. So wünsche ich mir das eigentlich für meine ganzen News. Ja gut, kann man nicht ändern. Wenn das viele nicht interessiert, die mir trotzdem folgen, sondern nur die Projekte gucken, ist ja auch in Ordnung. Also von daher, alles gut. Nur 13.000 oder fast 13.000 Aufrufe auf meinen News, fand ich super. Hat wahrscheinlich auch was mit der Druckkammer zu tun, dadurch, dass ich die ja da erklärt habe. Da haben sich auch so viele für bedankt. Und ja, möchte ich auch den Dank nur wieder zurückgeben für die schönen Kommentare. Ich hatte ja auch in den letzten News, vor zwei Wochen war das, habe ich ja die Schneidbrette angeboten. Die seht ihr hier bei mir im Hintergrund. Die beiden sind weg. Das Kleine bekommt der Thomas, ich sage keine Nachnamen. Und das Größere, das X-Schneidbrett, das bekommt der Stefan. Ich werde die heute noch benachrichtigen. Und werde da auch noch mal fragen, ob die beiden denn auch gerne noch mein Logo, mein Metalllogo da drin haben wollen. Dann würde ich das auch noch da rein machen. Aber das werde ich dann auch noch mal in die Mail dann reinschreiben, wenn ich euch dann anschreibe. Ja, da kamen natürlich auch wieder viele, viele Meldungen, die das Schneidbrett haben wollten. Manche, ja, ich sage mal, die wissen wahrscheinlich auch den Wert nicht zu schätzen. Also da waren Preise bei, da ist das Holz schon mehr wert. Und ja, die Arbeit ist mal ganz abgesehen davon. Aber da bin ich dann doch mal immer wieder überrascht, was mir dann da so angeboten wird. Wo ich denke, ja, also ein Schnäppchen, sage ich mal, für ein Schnäppchen gebe ich das Brett natürlich nicht raus. Ich möchte schon das Geld dafür haben, was ich mir so ansatzweise vorstelle. Und ja, und der Thomas und der Stefan haben mir schöne Angebote gemacht. Und von daher, bei dem X-Carve, ach, bei dem X-Carve, bei dem, auf X-Carve, auf CNC komme ich gleich auch noch zu sprechen. Bei dem X-Schnallbrett, da war es sogar ziemlich knapp. Das waren eigentlich nur drei Euro Unterschied. Also von daher war ich da schon, ja, ich sage mal, begeistert, dass doch einige dann doch den Wert schätzen. Ja, CNC habe ich auch zwar hinten auf der Rückseite stehen, aber da ich jetzt gerade davon gesprochen habe, werde ich das jetzt direkt hier im Anschluss bringen. Ich bekomme viele Anfragen, was CNC-Maschinen angeht. Also hier diese X-Carve und was weiß ich, wie sie noch alle heißen. Also so eine Maschine hatte ich mal mit dem Gedanken gespielt, mir zuzulegen. Aber im Endeffekt ist das nicht mehr heimwerken für mich. Also das ist dann nur noch Programmieren, die Maschine macht das alles. Da geht es eigentlich nur um Programmieraufwand, den richtigen Fräser da reinzukloppen und dann, ja, zugucken, wie die Maschine da irgendwie wirbelt. Werde ich mir definitiv nicht zulegen. Also sicher könnte man dann auch, ich sage mal, Schneidbretter mit Intarsien und auch negative Solts dann da reinsetzen und was weiß ich noch alles. Aber, ja, ist nicht mein Ding. Ich meine, ich bin 30 Jahre im Computerbusiness und würde mir wahrscheinlich auch sehr leicht fallen. Aber ich finde, so eine CNC-Fräse hat bei mir irgendwie nichts zu suchen. Also von daher kommt sowas bei mir nicht in die Werkstatt. Dann komme ich nochmal auf die Kommentare unter dem News-Video. Da hatte ich ja die Druckkammer erklärt und aber auch nochmal auf eure Fragen bin ich eingegangen. Und da kamen dann so Informationen noch, ja, warum habe ich das nicht mit Epoxidharzkleber aufgeklebt? Also ich rede jetzt von dem Epoxidharz-Schneidbrett. Da hatte ich ja unten von dem, was habe ich da genommen, Heißkleber, hatte ich ja die ganzen Punkte drin, weil der Heißkleber in das Stirnholz eingezogen ist. Und da fragt, oder dann schrieben einige da drunter, ja, warum hast du das nicht mit Epoxidharzkleber gemacht? Ja, super Idee, hätte ich vorher wissen sollen. Bin ich da zu dem Zeitpunkt nicht drauf gekommen. Und dann stand das auch zwei oder dreimal drin, polieren mit Zahnpasta, wegen Lebensmittelechtheit. Schrieben einige mit Autopolitur, da bin ich aber in den letzten News drauf eingegangen. Und ja, polieren mit Zahnpasta, kenne ich jetzt eigentlich nur für Silber. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren, ob das mit Zahnpasta funktioniert. Und ihr werdet es hier auf dem Kanal mitbekommen. Neuigkeiten zum Logo-Verkauf. Der Guido ist soweit fertig. Wir warten jetzt auf die Programmierung der Webseite. Da ist aktuell heute auch der Programmierer da. Ja, das ist wohl doch nicht ganz so einfach gewesen, wie wir uns das vorgestellt haben. Da war wohl doch ein bisschen mehr Arbeit noch zu tun. Die Webseite wird wahrscheinlich Anfang nächsten Monats online gehen. Dann werdet ihr es auf jeden Fall dann auch, ich mache ja immer am letzten und am ersten News, dann werdet ihr auf jeden Fall dann in den ersten News im Juni, werdet ihr mitbekommen, ob die Seite dann online ist oder nicht. Es wird daran hart gearbeitet, sodass wir das jetzt auch zügig umsetzen können. Dann wisst ihr ja auch, dass ich einen Zweitkanal aufgemacht habe, Werkzeugtest. Und ich habe jetzt einige Kommentare dazu bekommen, aber auch Mails bekommen, wie ich das denn überhaupt finanziere. Ob ich das, was ich jetzt über Werbung in den Kanal, also ich mache ja vor dem Video und nach dem Video teilweise auch in der Mitte des Videos oder der Testvideos Werbung, so dass ich mich da irgendwie ein bisschen refinanziere, weil ich ja die ganzen Maschinen selber kaufe. Ich bin da ja nicht gesponsert. Und da fragten sie mich, ob sich das überhaupt refinanziert. Finanziert sich natürlich nicht. Also ich bute da rein, versuche natürlich meine Tests da so authentisch wie möglich zu machen. Ich mache das allerdings auch sehr, sehr gerne. Ich hatte das schon öfter mal angesprochen, dass ich also wirklich Spaß an diesen Tests habe. Ich bin froh, mal mehrere Maschinen dann in der Hand zu haben, von was weiß ich jetzt zum Beispiel mit den Bandschleifern, wie sich die einzelnen Bandschleifer so unterscheiden. Und ja, ich freue mich da einfach drüber und mache das halt gerne. Dadurch, dass ich ja dann im Anschluss der ganzen Tests die ganzen Maschinen dann auch wieder zu 50% an euch verkaufen möchte, ja, sicher finanziert sich das nicht von alleine. Das heißt also, ich bute da immer wieder Geld in den Kanal rein, um euch ein paar Videos dann anzubieten. Aber ich habe da wie gesagt auch Spaß dran. Wer da zum Beispiel mich ein bisschen unterstützen möchte, kann das tun durch Abonnieren. So habe ich dann vielleicht auch bessere Chancen, dann bei den Firmen dann vorstellig zu werden, um auch Testmaschinen dann anzufragen. Nur ich sage mal mit 4.400 oder 4.300 Abonnenten bin ich da natürlich jetzt noch nicht aussagekräftig. Auch die Klickzahl, auch wenn die immer fast über 10.000 ist pro Video, ist aber auch nicht so aussagekräftig, dass ich den bei den Firmen anfragen könnte und sage, ach hier, ich habe einen Werkzeugkanal und sponsort mir mal oder stellt mir Maschinen zur Verfügung. Von daher würdet ihr mir helfen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wer mir vielleicht eine Kleinigkeit überweisen möchte, kann das auf meiner Webseite tun. Ganz unten ist ein Spenden-Button. Das geht zwar dann an Andis Werkstatt, aber wenn ihr dann halt Werkzeugtester drunter schreibt, dann weiß ich, das ist halt für den Werkzeugtest und wird das dann dementsprechend dann auch so verteilen, dass ich das auch wirklich für den Werkzeugtester nutze. Ja, insoweit kommen die Tests ja auch sehr, sehr gut an bei euch. Also ich habe durchweg positive Erfahrungen und positive Kommentare bekommen dazu, dass das auch nicht irgendwie aus der Luft gegriffen ist, was ich da mache, sondern, ja, ich sage mal, das ist halt Praxis, so wie ich das mache. Was ich da manchmal für Kommentare bekomme, jetzt gerade auch zu dem Schalldruckpegelmessgerät, dass das halt nicht wirklich gut wäre und dass die Firmen ja in einem schallisolierten Raum testen und, und, und. Ja, ich habe hier in meiner Werkstatt keinen schallisolierten Raum, von daher nehme ich die Lautstärke so, wie sie sich hier wiedergibt. Und wenn ich ja alle mit dem gleichen Messgerät messe, ist das ja auch wieder gleich. Also ich weiß nicht, was es da jetzt dann auszusetzen gibt. Und ich bin der Meinung, dass ich so teste, wie ich hier in meiner Werkstatt ausgerüstet bin. So, und wenn das Gerät dann, was weiß ich, 93 Dezibel im Arbeitsbereich hat, aber 110 Dezibel direkt am Motor und in einem schallisolierten Raum dann die nur auf 100 kommen, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber bei mir in der Werkstatt ist halt nicht schallisoliert und ich habe hier 110 Dezibel. Von daher bin ich der Meinung, so wie ich das mache, in Anführungsstrichen, ist das gut. Also soll es nicht heißen, dass ich das Nonplusultra an Tests bin, aber ich habe viel Zuspruch dazu gekriegt und bin auch der Meinung, ich habe mir natürlich auch vorher Gedanken gemacht, wie ich die teste und was ich da für Messgeräte hole und so weiter und so fort. Und ja, ich sage mal, über 99 Prozent kommen da gut mir klar und der eine Prozent, der da immer irgendwie, ja, ich sage mal, noch nicht mal was auszusetzen hat, sondern eigentlich nur eine Information darüber geben möchte, dass die Firmen halt nach DIN, hast du nicht gesehen, testen. Ja, wie gesagt, ist gut und schön, nur wie gesagt, ich habe hier keine Werkstatt nach DIN sowieso. Und von daher hoffe ich natürlich, dass ihr mich versteht, wie ich das meine und ich werde auf jeden Fall dann genau so weiter testen. Ich habe jetzt die Bandschleifer soweit fast abgedreht. Ich werde natürlich auch ein Fazit machen. Sag mal, ja, das Fazit wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger ausfallen, weil ich ja dann auch ein bisschen vergleiche die einzelnen Geräte untereinander. Ich habe mir überlegt, ob ich da auch irgendwie so eine Tabelle mache und so weit. Ich weiß es noch nicht. Ich werde mir einen Gedanken machen, dass ich irgendwie so ein Ranking mache, in Anführungsstriche, dass ich da irgendwie ja was Handfestes irgendwie zu Papier bringe. Da habe ich auch noch eine Frage zu. Dadurch, dass ich ja in den Kanal eigentlich nur Geld reinstecke, schreibt mal bitte unten in die Kommentare, wenn ich so eine Tabelle erstelle, ob ihr auch bereit wärt, da vielleicht drei oder vier Euro zu bezahlen, dann würde ich das nämlich dann auf meiner Webseite dann auch als, ja, ich sag mal, so wie mit dem Vogelhausplan dann anbieten und würde euch dann die Tabelle dann zuschicken. Irgendwie muss ich ja gucken, dass ich jetzt auch die nächsten Maschinen kaufen kann. Ich bin auch am 27. Mai auf der Ligna in Hannover. Da versuche ich mit den Firmen so ein bisschen in Kontakt zu treten und nach ein bisschen Unterstützung zu fragen, ob sie mir Maschinen zur Verfügung stellen, diese mir vielleicht auch dann zum Verlosen bereitstellen für euch dann als für die Zuschauer. Und da werde ich ein bisschen gucken, dass ich da ein paar Kontakte knüpfe. Also so viel erst mal zu dem Werkzeugtestkanal. Ich möchte den natürlich weiterführen und die nächsten Tests werde ich, also eine Maschine von verschiedenen Herstellern werde ich auf jeden Fall nochmal im Anschluss testen und dann werde ich ja sehen, ob sich das dann irgendwann finanziert. Selbst wenn ich noch ein Jahr, sag ich mal, Geld reinstecken muss. Ich hatte es schon gesagt, ich habe Spaß da dran. Ich möchte euch gerne verschiedene Maschinen vorstellen, wie die halt in der Qualität sind oder im Arbeiten oder im ergonomischen Bereich. Und ja, vielleicht habe ich auch ein Weg, weil ich das dann mache, obwohl es sich nicht refinanziert, aber so bin ich halt nun mal. Also ja, ist halt so. Wie gesagt, wenn ihr mich da ein bisschen unterstützen wollt, abonnieren. Vielleicht auch ein bisschen Werbung machen für meinen Kanal. Wenn ihr bei Facebook seid oder bei Instagram, teilt einfach meine Beiträge. Und so werde ich dann wahrscheinlich auch dann im Laufe der Zeit ein bisschen größer, so dass ich dann noch aussagekräftiger für die Firmen bin. Und ich dann nicht noch betteln muss, stellt mir doch eine Maschine zur Verfügung. Weil das mache ich eigentlich nicht, dann würde ich es doch direkt kaufen. Also ich bin jetzt nicht der Bettelkönig und frage dann die Firmen und schreibe dann nur 15 Mal hin und her. Nein, das mache ich so und das mache ich so. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Und dann kaufe ich die Maschinen lieber und teste die dann. Und biete euch die dann für 50% weniger an. Oder beziehungsweise für meinen Einkaufspreis 50%. Ja, aber erstmal so viel zu dem Werkzeugtest-Kanal. Ja, dann kommen wir mal zu der Verlosung. Ich hatte ja letzte Woche, ach nee, vor zwei Wochen auch eine Verlosung noch angeboten. Ist mir spontan eingefahren. Dachte mir, ach komm, dann machen wir halt zwei Wochen später die Auflösung. Und ich hatte zum einen hier den kleinen Bosch, den hatte ich angeboten für euch und den bekommt der Moritz Schubi. Ich blende auch wieder über meinen Zufallsgenerator die Kommentare ein. Ja, wie gesagt, Moritz Schubi über meine Webseite, Kontaktformular, Adresse mir geben, schicke ich dir den zu. Dann den Limeboy, der ist noch zu. Für die Leute, die den Limeboy nicht kennen, so sieht er aus. Da ist Lime drin, hier ist ein Pinsel, hier ist ein Pinsel drin. Und ja, so ein Limeboy ist hier drin, der große. Und den hat der Junior Helper gewonnen. Auch wieder über meine Webseite, Kontaktdaten, Kontaktformular, Adresse zu mir schicken, schicke ich dir den Limeboy zu. Und dann geht es hier noch um die Wolfkraft Dübelschiene, die ja zum zweiten Mal jetzt zur Verlosung ansteht. Weil, ja, der erste Gewinner sich nicht gemeldet hat. Ja, dann geht es jetzt wieder raus an euch. Und diesmal hat die Dübelschiene der Horst Biber gewonnen. Der Horst, der furcht mir, ich habe mich eigentlich gefreut, dass der Horst dann auch mal dabei war. Weil der furcht mir auch schon so lange, schreibt immer viele, viele Kommentare. Erstmal danke dafür, Horst. Und ja, habe mich gefreut, dass du die Dübelschiene bekommen hast, weil du auch Hashtag Wolfkraft geschrieben hast. Dadurch, dass ich jetzt aber auch wieder so viele Kommentare bekommen habe und auch jetzt einige Frauen irgendwie meinen Kanal gucken, hatte ich mir gedacht, ach komm, dann haust du noch irgendwie was raus für eine Frau. Und habe mir dann eine ausgesucht. Und ich habe hier mir mal so einen Push Drive gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist wohl neu von Bosch. Und ja, ich kann da nicht viel mit anfangen. Ich habe alles, was ich brauche. Und dachte mir, ach weißt du was, das Ding haust du raus. Und zwar, zeige ich euch den mal eben kurz. Ist ein cooles Gerät. Da sind auch, da sind auch hier sofort so Bits drin. Eine ganze Menge. Und dann ein Ladegerät dabei. Und der, ja, Push Driver oder wie heißt er jetzt noch? Ja, Push Drive, der geht auf Druck, wenn was drin ist. Oder wenn der aufgeladen wäre. Ich hatte eigentlich gedacht, dass der aufgeladen wäre. Ach, ist auch. Auf Druck schraubt er dann. Ja, fand ich eigentlich eine ganz witzige Sache. Und ja, den haue ich jetzt auch noch raus. Und den hat die Yvonne Zimmert gewonnen. Ja, Yvonne, schreib mir einfach auch über meine Webseite Kontaktformular. Und dann schicke ich dir den Push Driver zu. Ich freue mich natürlich, dass jetzt auch Frauen so ein bisschen handwerklich sich betätigen. Und auch meinen Kanal abonniert haben. Und dann auch noch ein paar Kommentare da lassen. Finde ich wirklich gut. Auch bei Instagram habe ich jetzt einige Heimwerkerinnen, die mir da folgen. Also, ich finde das schön und dachte mir, das muss ich unterstützen. Und deswegen habe ich mir heute noch mal zusätzlich eine Frau rausgesucht, die ein Werkzeug von mir bekommt. Ich finde das schön. Ja, gut. Also, ich bin jetzt hier mit meinem Zettel soweit durch. Ich denke, ich habe auch wieder genug gelabert. Nächste Woche gibt es wieder das nächste Projektvideo. Ja, die nächsten News gibt es wieder Ende des Monats, am Dienstag. Und da wird es wieder auch was zu gewinnen geben. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video guckt. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.